Ey, Kadete, mein Penis ist riesig. Meinen auch, Bruder, Spaß. Nein, Leute, ich hab wirklich jetzt einen ziemlich kleinen Penis. Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Iiiiih, warum sagst du mir das? Digga, hol dir den Aussiker. Jetzt retalk, ich hab keinen großen Penis. Ja, ich hab einen kleinen Penis. Ey, Kadete, das ist ganz normal. Kappa. Wie viele Millimeter? Nein, es sind schon Zentimeter, Bruder. Digga, Bruder, ich hab da mal ein Lineal für dich. Vielleicht geht sich das ja aus. Na, Spaß, Alter, das muss keiner bringen. Ne, ne, ähm, es sind noch Zentimeter, Sade, ja? Es sind noch Zentimeter, ja? Es sind noch Zentimeter, oder? Ich glaub ja, dass er Zentimeter fixiert ist. Als ob man jetzt den Staubsauger anmacht. Ja, ich weiß ganz genau, was du mit dem Staubsauger sonst machst, Bruder. Es sind schon 6 Zentimeter, ja, und wenn ich eine Latte hab, ist er deutlich größer. Aber, ja. Ich bin mir nicht sicher, was er uns damit sagen möchte. Bitte schreibt's mir in die Kommentare. Das war's für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Freitag. Ciao!